moin freunde ja aktuell kommt da auf einem kanal leider nicht so viel das letzte das kam war der halloween stream und davor war es lass mich kurz nachschauen das war das letzte video was ich hochgeladen habe, wie lange ist das her? zuletzt vor einem monat die star wars streams die ja relativ semi gut ankamen was mich ein bisschen enttäuscht hat und das letzte wirklich erfolgreiche war mein acht stunden schönes leben in lakeside das letzte video was ich hochgeladen habe das war der random rack nee das war vor zwei monaten und ihr unity live goprorex der tod von olaf solo das kann mir verhältnismich auch gut an mit 65 aufrufen ich kann mich jetzt viel drüber beschweren mit 298 abonnenten dass ich da nur 65 aufrufe oder nur 35 aufrufen habe klar haufen davon sind aboleichen muss nicht so sein ist es wahrscheinlich leider auch so ja leider ist es halt so mit den aboleichen kann man es gegen machen wird jeder kanal haben ich bin super happy dass ich 298 abonnenten überhaupt auf youtube erreicht habe aber im moment werde ich nur streamen ich werde jetzt aktuell keine videos hochladen bald kommt alles 19 da werde ich vorhin noch einen ls 17 verabschiedung stream machen und dann im stream ls 17d installieren und ls 19 am nächsten tag oder je nachdem wann ich das dann installiere wahrscheinlich im stream oder einem video zeigen wenn ich die lust zu habe und dann ls 19 sobald wie möglich streamen und euch zeigen und mods runterladen und streamen und alles mögliche mit anderen leuten streamen und wahrscheinlich werde ich auch einen server dazu mieten aber videos werde ich aktuell nicht machen weil ich im moment einfach keine motivation dazu habe deswegen mache ich dieses info video mit den 298 abonnenten superfried zufrieden ich werde aber nur leider nur weiter spielen keine videos machen und wollte euch mit diesem video darüber informieren im moment fängt mir einfach die motivation dazu weiter videos produzieren und die hochzuladen bei diesen wenigen klickzahlen dann ist jetzt noch artikel 13 oder was das war wo wahrscheinlich wir wollen es mal nicht hoffen aber mit großer wahrscheinlichkeit leider youtube so wie das kennen nicht mehr weiter existieren wird wegen den urheberrechts gesetzen wir müssen abwarten was da denn kommt so ich wollte einfach mal in kenntnis jetzt mit dem video ich hoffe ihr seid nicht all zu sauer auf mich jetzt wisst ihr was man mit fahrs ist bei mir auf dem kanal bis zum nächsten stream freunde und